Warnung. Die Stunts in diesem Film wurden von Professionellen gemacht. Also für eure Sicherheit und die Unterstützung von denen rund euch, nehmt keine von den Stunts, die ihr zu sehen. Das ist der Bierschranker, die ist schon wieder komplett weggetreten. Die war auf dem Hardrock Festival. Dann haben wir den Fahrer heute zu Fuß unterwegs. Der hat ja letztens auch die Biermeile gemacht mit dem Ronny. Dann sind sie heim und gesagt, wir machen einfach bei euch nochmal mit. Und da ist der Ronny, ey! Das ist der Hannes, genau, den kennt ihr ja. Der hat ja auch schon dreimal eine mitgemacht. Und für die, die das nicht kennen, zwölf Bier, zwölf Pubs. Aber in der Hartz 4 Edition, wir gehen also nicht in richtige Pubs, da ist das Bier so teuer. Wir wandern und wandern und wandern und versuchen an jedem Supermarkt ein Bier zu trinken. Einer fängt an im ersten, holt Bier für alle, bezahlt das, darf die Sorte bestimmen. Im zweiten Supermarkt geht der zweite rein, sucht Bier für alle, bezahlt das, fertig. Hier ist so eine Karte, die braucht man sich gar nicht mehr angucken. Fängt man also an, so hier raus, hier rüber, zack, das ist, das kriegt er alles mit. Und hier gibt es jetzt auch die offiziellen Natururin-Actionfiguren. Einmal in der normalen Standardvariante und dann in der Pfeffi Edition, wenn er einen Pfeffi getrunken hat. Das knistert sogar, da ist noch Überraschung mit drin. Und wir stehen jetzt beim Döner Lutz. Das sind Menschen, wir stehen jetzt beim Döner Lutz, denn traditionell müssen wir jetzt erstmal Döner essen. Und dann Rewe, das erste Bier und die Bianca fängt dann an. Yes. Weil sie eine lange Hose an hat. Gar nicht, das ist eine Schwupphose. Das ist das Besondere, das ist nämlich nicht nur eine normale Biermeile, das ist die Wintermeile. Deswegen haben alle kurze Hosen an. So, so, so. Und weil es da zu lang ist, die Stripperin hat nämlich Latexbeine, hat der Ramses halt ein bisschen kürzer. Also guckt euch das an. Eigentlich besteht das Ziel auch darin, dass wir versuchen vorrangig Winterbier oder Weihnachtsbier in den Märkten auszuwählen. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt noch welche gibt. Es ist ja Ende Januar. Wir haben wenigstens noch ein bisschen Schnee. Es sind minus drei Grad. Das ist die perfekte Wintermeile. Seht ihr das? Wahrscheinlich nicht. Minus drei Grad. Schnee am Start, Winterbier gleich am Start. Hoffe ich. Gucken wir mal und erstmal Döner essen. Oh mein Gott. Der hat noch gar nicht reingebissen und ist jetzt schon am Husten, weil es so scharf ist. Spaß. Der Nature Boy hat sich nämlich jetzt einen Hotdog geholt. Der hat jetzt früh keinen Hunger und deswegen isst du einfach so einen mega langen, extrem betriebenen Hotdog. Das ist scharf. Und das ist extra scharf, passend zum T-Shirt. Und jetzt hat jeder hier einen schönen Lutz Döner. Und die werden wir jetzt naschen. Guten Hunger. Die Döner reinhängen. Hier sehen sie ein wildes Natururin, was gerade die Dönersauce aus dem Bierschanga seinem Gesicht macht und aus den Haaren heraus. Sollten sie sauber warten. Das sind so richtige Dönerhaare. So der Nature Boy hat sich jetzt noch ein Käffchen geholt. Das sieht ungefähr so aus. Käffchen Tugo. Das ist die Brigitte. Und wir ziehen jetzt los zum... Goldene Meile. Um Bier zu trinken. Wir ziehen jetzt los zum Rewe. Und der ist gleich da drüben. Und der Bierschanga muss das Bier auswählen. Mit seinen komischen Latexbeinen da. Ey, das ist Winterstrombose. Schreibt es mal in die Kommentare, ob das zählt. Guck mal, da ist es mit Winterschneeflocke. Hätte ich auch sagen können. Ich ziehe Neopren am Zugang. Winterschneeflocke. In der Winter Edition. Yo. So, ich möchte noch mal kurz die Regeln erklären. Bevor der Bierschanga reingeht. Das ist der Bierschanga. Das ist der Naturbursche. Bist du jetzt fit? Äh, ich bin noch... Ne. Nicht der Kaffee. Der Fahrer. Heute als der Läufer unterwegs. Und der Ronny. Moin. Ey Ronny. Nein, also 12 Pubs, 12 Bier. Und weil immer die Leute sagen, ey, das ist ja cheaten. Der hat einen Radler genommen. Oder ey, das ist ja cheaten. Der hat nur 0,33. Regeln also heute komplett. Es darf nur richtiges Bier genommen werden. Ob das jetzt Schwarzbier. Oder helles. Oder Weizen. Oder Pilz. Oder Export. Ist komplett egal. Hauptsache nichts, was nur 2,5 hat. Weil es ein Radler ist. Oder gemischt ist. Keine Weingocktails. Und mindestens 0,5 Liter. Nicht 0,33 Schöfferoffer. Grapefruit. Was so schön geprickelt hat in meinem Magen. Bauch. Hey. Anzeige. Und jetzt schick mal die rein. Ja. Die. Die. Die sucht jetzt die ersten Biers aus. Und denkt dran. Die Naturin Action Figuren. Jetzt neu. Link in der Beschreibung. So. Der Bierschanga ist noch fleißig am suchen. Wir haben jetzt ein einziges Winterbier haben wir gefunden. Und das ist dieser Bitburger Winterbock. Mit 7% helles Bockbier. Aber was haben wir gerade gesagt. Keine 0,33. Da müssen wir uns jetzt entscheiden. Wintermeile oder 0,5 Meile. Aber es gibt ja wahrscheinlich. Es gibt nur 2 Flaschen. Ach so. Na dann ist eh egal. Weil es sind nur noch 2 Flaschen da. Können wir uns auch einfach stehen lassen. Naturbursche tut gerade das Klo bescheißen. Er ist da drin. Man braucht keinen Schlüssel mehr. Das heißt jetzt kann jeder rein und gucken. So nachdem der Natururin sich ausgeschissen hat. Ist der Hannes jetzt auf die Toilette gerannt. Das verstehe ich nicht. Ich wohne noch einen Meter daneben. Und der Brösel. Hat so lange schon mal den Würfel ausgepackt. Hier wird jetzt kräftig gewürfelt. Ihr seht es aber nicht. Da liegt nur 4. Da ist. Was ist denn das? Wer macht denn so ein dicker 1? Das ist ja richtig übertrieben. Das ist doch nicht Gegengewicht. Das ist das Ozonloch. Guck dir das an. Ich habe dreimal hintereinander eins. Fußball. Genau hier ist das Tor. Da musst du immer reinschießen. Zack. So kann man sich die Zeit ver... Alles gut jetzt? Ja ich habe Code gemacht. Code gemacht? Code Yellow. Und kurz mal diese Narschi Tüte abfilmen. Achso. Tüte Narschi. Vom Bierschange. So es ist jetzt 11 Uhr 14. Wir wollen jetzt das erste Bier aufmachen. Eigentlich wollten wir 10 Uhr das erste Bier aufmachen. Jetzt ist es 11 Uhr 14. Fürs erste Bier. Und der Bierschange hat sich für dieses Budweiser Budweiser entschieden. Warum? Ja. Budweiser trinkt immer ein Pokémon bekannter von mir. Und daher weiß ich, dass es lecker schmeckt. Der Daniel Schilling. Nein. Nicht gut. Nein. So. Mach du es mal auf. Ich filme immer denjenigen, der es ausgewählt hat. Mit dem Öffnen. Woppa. Und dann filmen wir immer noch den Fahrer, wenn der es öffnet. Denn der Fahrer ist so begabt. Spezial mit Opa. Er sucht sich immer spezielle Vorrichtungen. Und spritzt das ganze Ding an. So. Dann würde ich sagen, Prost. Auch wenn wir es gar nicht auf haben. Über 1 Stunde Verspätung. Das will ich jetzt aber auch mal probieren. Dann hängen wir den Knüschel hier ran. Und dann. Du musst aber an die Kante dran gehen. Und vorne. Also. Was? Musst du mit der anderen Hand machen. Oder auf die andere Seite gehen. Dass das mit der. Ach. Ich geh einfach hier dran. Geh das nicht mit runter drücken. Doch. Wenn es eckig genug ist. Dann. Ach. Ich lass es einfach. So eine Scheiße da. Nachdem wir werden 11 weitere Biere getrunken. So. Der Turin hat gerade für sich gefilmt. Haben auch gerade angeprostet. Fahrerfilmen. Alle Filmen. Hier. Zags. Fahrerflucht. Dings. Jeder. Alles. Und wie schmeckt es? Ich finde es schmeckt sehr lecker. Wie schmeckt es? Budweiser? Ja gut. Wie schmeckt es? Können wir jetzt endlich weiter gehen? Wie schmeckt es? Kann man trinken. Ich habe gerade Kot gemacht. Also kann man trinken. Das erste fließt sowieso richtig gut. Und jetzt. Zugelaufen. Was habt ihr so gute Laune hier ihr Bärchen? Ja wieso denn nicht? Also ich habe jetzt so viel Bier getrunken und der Hannes hat sein Bier leer. Wir sind kaum die Treppe oben angekommen. Da hat er schon seine Flasche wieder in die Ecke geschmissen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Jeder Schritt ohne Bier von Hannes ist tödlich. Das ist wie bei Speed. Wenn der Bus unter 50 Kilometer fährt, dann explodiert er. Das ist Centropulo. Das ist kein Obst im Haus. Das haben wir davor. So. Wer kennt noch dieses Schild? Bitte nicht füttern. Unsere Tiere können sehr krank werden. Guckt mal wie schön das aussieht hier in dieser eisigen Schneelandschaft in der Mitte. Einfach. Ja man erkennt einfach gar nichts weil es so weit weg ist. Liegt da halt so Stroh rum. Warum liegt da eigentlich Stroh rum? Weil da die Tiere sind und fressen und hängen alle irgendwie so zusammengepfercht auf einen so einen Punkt. Die anderen sind irgendwie alle da drüben. Das sieht dann ungefähr so aus. Und ich werde jetzt auch wieder da rüber gehen. Mal kurz schauen. Wir sind nämlich gleich beim Edeka. Der Edeka ist nämlich da oben. Dann hast du auch alle Hände voll zu tun. Und dann ist der Naturbursche dran. Das zweite Bier auszuwählen. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Jetzt eine Rakete rein und hoppa. So ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass der Naturbursche jetzt da reingeht. Und der darf jetzt das zweite Bier auswählen. Da freut er sich total. Ich hoffe er nimmt was was keiner kennt und er auch nicht. Und dann drehen wir alle durch. Was ist dein Lieblingsbier? Immer noch wickhühler als Saufbier. Und das andere habe ich vergessen. Ja sonst also wickhühler, Hasseröder, Warsteiner, Krombacher finde ich auch gut. Aber bitte kein Krombacher. Warsteiner. Bitte kein Warsteiner. Und ansonsten als Genussbier. Das sind meine Lieblingsfavoriten. Allgäuer Bibli Bier. Hackabschor Ketterbier. Oder Zellerbier. Zellerbier, ok. Das ist der Übergang. Eins. So. Wir haben hier drei Eier gefunden beim Schwartau Happiness Regal. Das ist sehr schön. Chili Leberkast. Jetzt habt ihr mich aber erwischt. Chili Leberkast, ja. So, im Edeka gibt es natürlich typisch Winterbier von Schwarzbacher. Das sieht zwar mega billig aus. Guckt euch dieses ranzige Etikett an. Und das ist ja eigentlich die Wintermeile. Aber ich kann jetzt schon sagen, Natururin hat den Vogel wieder abgeschossen. Er lebt noch, der Vogel. Aber er wurde abgeschossen. Er hat Warsteiner genommen. Ja, da freust du dich, gell. Das kennt keiner. Das ist voll neu. Und das ist auch winterlich. Das vereint gleich alles das perfekte Bier. So, Natururin hat jetzt dieses Warsteiner genommen. Was ich absolut... Naja. Das kennt halt jeder. Das ist nichts Neues. Aber wenn er es gerne möchte, dann trinkt man das natürlich auch. Hier ist der Bierschanger. Was ist denn das? Lieblingsgäste. Toilettenpapier für unterwegs. Genauso sieht es aus. Warum hast du dieses Warsteiner genommen? Weil das nussig schmeckt irgendwie. Nussig? Ja, wie, weiß ich nicht, Haselnuss. Warum hast du nicht einfach Bier und Erdnüsse genommen? Da hast du es bei jedem Bier. Ja. Weil das ist schon zubereitet. 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 Woppa. Ich will nicht. Ich will nicht. Oha. Bierverschüttung. Ich will nicht. Ich will nicht. Was passiert jetzt? So, jetzt wäre ich eigentlich bereit für dich. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was das ist. Nein, ich weiß nicht, was dieser will damit. Das ist ein Becher. Partybecher. Verstehe ich nicht. Ich habe Angst. Ach, der Hannes macht auch einfach Bier auf. Jetzt wäre ich bereit für dich und deine Bieröffnung. Ich habe keine Hand frei. Warte. Nenne du immer den Becher weg. So. Da ist ein Müll. Cookie. Der Fahrer. Lass das drauf. Bestimmt. Hannes, ich tue mal den Becher in einen Becher. Genau. Jetzt will ich gucken, ob ich das auch hin. Wie machst du? Einfach hinten so und dann runter so. Du musst aber anständig festhalten. Oh. Warte. Ey. Bravo. Bravo. Becher. Da lernst du denn noch was. Da lernst du noch was. Becher. Danke. Becher. Was ist das denn? Wo ist mein Becher hin? Ach, den habe ich niemals gegeben. Was ist das denn? Wie sagt die immer von der Dominik? Urin. Was ist das denn? Robert. Brost. Brost. Was, Brost? Ne. Das schneid mal raus. Hast du aufzutrinken? Das schneid mal raus. Brost. Wir müssen ein Natur-Urin da hinten. Natur-Bursche. Brost. Ja, ja, ja. Stimmt man damit mehr an. Genau. Hast du dein Bier schon auf? Nein. Ich wollte auch essen Schnaps. Aber du heißt ein Bier, Manga. Aber ich wollte auch essen Schnaps. Das schneid mal raus. So, Bierschanger. Da du gerade Fettstange isst. Die hat nämlich extra Fett dabei. Und eine Stange. Du hast jetzt das Warsteiner probiert. Wie schmeckt dir das? Sehr nüchtern. Das ist richtig geil. Das ist ja vorher ein Fett. Das ist richtig geil. Vielleicht deswegen. Wir müssen ja Feedback abgeben, wie die Biers schmecken von den Leuten, die die auswählen. Das ist richtig gut. Aber mein selbstgemachtes ist geil. Fußnagelschmalz. Das ist ja... Das ist ja... Wie schmeckt es dir oder nicht? Trinkst du gern Warsteiner? Ich... Ich habe gerade gesagt, ich kaufe es mir nicht, weil hoffentlich ein Extract drin ist. Also... Trinken kann man es. Nö. Ach so. Muss ich da jetzt etwas Etikett noch lesen? Aber die weiß, was drin ist. Ja, ja. Alles, wie schmeckt es dir denn? Vielleicht kriege ich da bessere Antwort. Ich weiß es immer noch nicht. Warsteiner habe ich früher sehr gerne getrunken. Mittlerweile aber nicht mehr. Man sieht es. Ja. Nicht mehr, wie ich so... Ja, weiß nicht. Weil ich es irgendwie nicht mehr im Geschmack nicht mehr... Ich habe es anders in Erinnerung vom Geschmack her. Äh, nein. Schmeckt es? Ähm... Warte. Schmeckt es? Ich merke jetzt, weil ich irgendwie auch einen Schluck Feffi bekommen habe. Der ist rüber gespritzt. Ich schmecke nur noch, es ist warm und es ist total schaumig. Und ich merke überhaupt gar keinen richtigen Biergeschmack. Aber... Euch geht es gut da hinten, ja? Ja. Euch geht es gut. Hallo. Dürft dich Simon an die Bege tippen? Da ist noch Fettschmalz. Ja, so ist das. Kommt mal nach Rivo, trinkt ein Bier und dann zieht euch nackig aus. Eins nur. So, traditionell müssen wir natürlich auch das Winterpferd auf der Wintermeile filmen mit dem Winterbier, was warsteiner ist. Denn das ist das wahre Steinpferd. Der Hannes hat schon wieder leer. Und hier der Paul Heyman packt das rote Handy aus. Dem geht es nicht gut. Und die hat schwarze Beine. Damit ist alles gesagt. So ein Naturirin ist die ganze Zeit am rumkörpern und abkacken. Dem geht es heute nicht so gut. Ausgerechnet heute geht es ihm nicht so gut. Wir sind jetzt vom Netto. Das ist der Netto. Das ist der Naturbursche. Da ist die Ladexfrau. Und der Ronny! Der Fahrer muss gleich das nächste Bier aussuchen, wenn wir hier diese Warsteiner noch abgegeben haben. Der Fahrer im Netto. Lieferst du auch hier Ware hin? Ich habe mal Pizza ausgefahren hier. Im Netto? Cool. Nein, in der Stadt. Netto hat einen eigenen Pizzalieferanten. Die sind immer auf Abruf. Die drücken immer auf den Knopf und dann liefern die Pizza. Und dann sitzt du wieder den ganzen Tag da, bis einer auf den Knopf drückt. Das gab es damals noch nicht, als ich noch da war. Die 3N-Bäckerei hatte früher auch mal Bier in der Kühltruhe. Aber nicht hier, sondern da waren die noch unten, wo die erste Filiale war. Okay. Guck mal, ich habe keine Socken. Du hast keine Socken an. Ich bin da richtig hoch. Wieso hast du denn keine Socken an? Die hat kein Höschen an. Doch, habe ich hier geguckt. Der hat auch immer an der Gute. Jetzt hat er Socken an. Aber gestern hat er keine Socken im Bett gehabt. Und die habe ich dann heute früh auf seinen Kopf drauf gelegt. Das war auch cool. Ach, deswegen ist alles krank. Das war das erste Mal, dass wir auf der Goldenen Meile auch Punkte verteilen. Und zwar immer für den letzten Platz, der der am längsten gebraucht hat, um das Bier auszutrinken. Beim ersten Bier war das Natururin. Und beim zweiten Bier ist es auch Natururin. Der hat jetzt schon zwei Punkte gesammelt bei der Goldenen Himbeere. Und Hannes, der hat beim ersten Bier als erstes leer gehabt. Und beim zweiten auch als erstes leer gehabt. Der sammelt den Goldenen Bierbauch. Und Natururin die Goldene Himbeere. Und der Bier-Shanga, der... Naja. Und dann geht es dir wieder schlecht. Dann kotzt er wieder, Jacqueline. Guck. Ja, aber wenn, dann machen wir das alle. Wir sind ja ein Team. Ja, nein, ich habe gefragt. Das schneid mal raus. Das sind die Tricks von der Bianca immer gegen die Kelte. Die schmiert sich alle fünf Minuten immer die Beine ein. Mit dem Schmalz, dass die Kelte abtropft. Es flutscht. Der Hannes hat schon Blut geleckt. Guck. Oh Hannes. Das ist ja wie beim Adi, wenn man das so macht. Ja, so Spasten tut er nicht, aber okay. Ja. Die sind schon fünf? Ja. Copyright. Ja. Das ist ja eh dein Pfad. Hör sich. Das kannst du dir gut merken. Denn du bist der Fahrer. Du bist Deutschland. Du bist der Fahrer. Ja. Ich sehe, ob ich meinen Kassenbon aus heuers Wetter hier auch loskriege. Okay. Wie viel ist da drauf? 75 Cent. Der Herr, bleiben Sie sofort stehen. Übrigens war das erste Bier hier das Budweiser. Und hier gibt es sogar... Scheiße, das ist der falsche Pass. Warte mal. Hier gibt es sogar... Jetzt steht mal richtig. Hier gibt es das Budweiser Dark. Habt ihr das schon mal probiert? Das sieht doch richtig gut aus. Wie Dark, die Serie. Und wie ihr seht, der Hannes und der Fahrer, die verstehen sich richtig gut. Ja. Ich glaube, der Hannes schläft heute woanders. Ich habe schon gedacht, dass man von dem Bier hier gut furzen kann. Aber ihr schlaft ja alle vier zusammen. Nein, nein. Oder halt in einer Wohnung. Ich schlaf extra in einem Zimmer. Und die drei liegen auf einer Matratze. Jetzt haben wir... Es sind nur minus drei Grad. Jetzt haben wir... Da muss ja immer was Sinnloses als extra mit drauf, Hannes. Das war der Spaß. Ja, ja, ja. Oha. Wie fühlt's cool? Es ist cool, man. Das ist der DJ. Ne, wie hieß denn der Typ? Genau, so war er. Ja, eigentlich musst du es erst mal sagen. Wir waren jetzt also hier kurz im Netto und das ist jetzt hier das... Stimmt, ich muss ja das... Ja, ja. Wir waren jetzt im Netto. Das ist das Apoldaer. Wie spricht man das aus? Apoldaer. Apoldaer. Da habe ich übrigens auch schon mal ein Video gedreht. Warum machen die da Apoldaer hinten dran? Da reicht doch einfach Apoldaer. Ja, das heißt aber Apoldaer. Apoldaer. Eigentlich müsste man Apoldaer irgendwie dann noch hinschreiben. Apoldaer, Apoldaer Innen. Jetzt mittlerweile durch die Generierung. Das ist Apoldaer Innen. Glockenpilz. Also das habe ich noch nie getrunken. Deswegen freue ich mich, dass der Herr wenigstens mal ein neues Bier geholt hat. Ja. Und der will das jetzt auch, weil er ist ja dran. Und der, der dran ist, macht immer auf. Und dann filmen wir immer noch den Fahrer, wie er eins aufmacht. Genau. Ja, toll. Und jetzt? Mein Autofocus ist auch weggerammt. Jetzt probieren wir das auch mal. Genau. Der Ramon macht das dann jetzt immer nach. Ah, scheiße. Ich komme noch gar nicht da hin. Da könnte man jetzt den Mund dranhängen, aber wir sehen ja nicht so. Und jetzt kommt der Fahrer, wir haben uns gecheatet. Das ist der Bianca, ihr Bier jetzt. Und der Fahrer. Bianca, willst du ein Bier? Zau schon auf. Hast du das jetzt gefilmt, wie ich gesehen habe? Ich habe gefilmt, wie du gefilmt hast. Was? Gefilmt? Ja, du hast halt Gefühle in der Hennes, ne? Im Hannes. Genau. Seitdem ihr da drin so intim getalkt habt, hast du Gefühle im Hannes. Im Hannes. Guck mal, jetzt sind sogar beide bei mir gekommen. Schön. Der ging in die Schnauze. Guck. Der ging ja gar nicht. Nein. Weißt du was? Da gehe ich jetzt hier rüber und filme noch, wie der Film, wie er sein Bier aufmacht. Damit ich das auch noch drauf habe. Jetzt, wo hier alles voll ist. Guck dich die Wurstfinger an. Das ist hier der unglaubliche Alk. Oh, der ist auf ihrem Gipfwurst. Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Nein, das ist Naturin sein Bierkorken. Ob der zurückkommt? So, der Bierschanger, der hat jetzt noch eine Tüte Elefanten gekauft. Mit Tomaten und Herbst, ne? Ach so. Das sind Brüssel in Scheiben, oder? Tomaten, Herbst, Brüssel Scheiben, genau. Der Naturbursche, der guckt sich schon wieder selber an im Handy. Er steht immer hier und du hörst nur noch... Obwohl er gar nichts macht, kommt der Sound aus dem Handy. Und dieses... Ach so, wie schmeckt dir das Apolle da eher? Ich kenne es ja, schmeckt eigentlich nicht okay. Es ist auf jeden Fall dünn. Es schmeckt sehr dünn. Hannes ist schon fertig. Hannes, wie schmeckt es dir? Ist die Hilfe schnell runtergegangen. Das ist... Da hast du die Glocke am Pilz. Wie schmeckt es dir? Wie schmeckt es dir? Du müsstest jetzt den Daumen nach unten machen. Das würde gut aussehen. Ich würde sagen, ist okay. Ist okay. Kann man trinken. Kann man gut trinken. Kann man irgendwas denn nicht trinken? Das ist die Frage. Ja, schon. Wenn das irgendwie so ein... Ich bin zum Beispiel kein Fan von Schwarzbier oder Bocke oder so. Kein Schwarz? Da hätte man das Foodweiser Dark holen müssen. Ich bin nicht so der Fan von dunkles Bier. Der nächste Laden ist halt gefühlt einfach nur... Das weiße Haus ist schon der nächste Laden, könnte man sagen. Und deswegen müssen wir jetzt leider hier schneller trinken. Hannes hat schon wieder den Punkt für den ersten, der gelehrt hat. Mal gucken, wer der letzte ist. Ich kann sagen, kann man trinken. Mehr kann ich nicht sagen. Eigentlich sind wir vom Rewe runtergelaufen und hatten da eigentlich schon keinen Bock mehr zu kaufen. Tomaten und Herbst. Ey, das schmeckt ja voll gut. Das schmeckt ja wie Nudeln mit Tomatensoße einfach. Richtig lecker. In Keksform. Richtig genial. So, mal ein kleines Resümee. Was auch immer das Wort bedeutet. Der Hannes war der Erste, der Lea hatte. Slayer, warte. Der hatte Slayer gehört in seinem... Dann hat der Ramses Slayer gehört. Genau. So wie es aussieht, ist der Fahrer jetzt nicht mehr fahrtauglich. Der Bierschanger versüßt sich das Leben mit Herbst. Der erste Punkt geht also wieder an ihn für der dickste mit dem Bier, der goldene Bierbauch. Ah, ich hab's schon fast leert. Die goldene Himbeere geht an Natururin. Dem geht's wirklich nicht gut. Gebt dem Mann Hilfe. Spendet jetzt in den Kommentaren euren Trost. Denn wir stehen schon vor dem Mittel. Müssen da jetzt rein. Der vierte leert das vierte... Achso, warte mal. Jetzt ist es? 12.41 Uhr. Genau. Wir haben es eben verschissen, als wir aufgemacht haben. Ja, wir haben das drüber gehabt, ziehen raus und haben es schon wieder vergessen. Also eigentlich wollen wir, wenn wir das Bier öffnen, sagen, wie spät es gerade ist. Eigentlich seit der ersten Zeit. Jetzt haben wir gesagt, wie spät es ist, obwohl wir gerade gar keins aufmachen. Obwohl es schon leer ist. Wie spät war es denn ungefähr im Edeka? 11.30 Uhr höchstens. Das erste war wann? 11.15 Uhr. 11.11 Uhr waren wir noch drin und haben gewürfelt. 11.11 Uhr haben wir noch gesagt, hello. Genau. Da war er noch scheißen. Genau. Das gehört dazu. Und dann 11.30 Uhr und dann... Ich habe keine Ahnung was fliegt. Ganz Rätsel gemacht. Ganz doll aus dem Recht und rausgeschoben. Wie spät ist es jetzt? 12.41 Uhr. Also wir sind schon viel zu lange unterwegs. Also sagen wir mal, 12.30 Uhr haben wir das aufgebracht. Jetzt ist es 12.40 Uhr. Wir sind beim Lidl und das Gute ist, traditionell immer Lidl, die vierte Station. Ich habe es bisher immer geschafft, mich als viertes reinzuschmuggeln. Dass ich als viertes auswählen kann. Und immer im Lidl habe ich das Perlenbacher Strong genommen. Ich gucke mal, ob es Winterbier gibt. Und wenn es kein Winterbier gibt, würde ich wahrscheinlich wieder Perlenbacher Strong nehmen. In der Dose mit 7,9. Aber wir gucken gleich mal rein. Nach dem 5. Wenn die fertig sind. Ich bleibe draußen und passe auf die Flaschen. Warum? Weil wir die nicht mit reinnehmen können. Alles, mach jetzt keine Fakse. Oh, du wirst die mitnehmen. Gestern hast du Fakse gehabt. Heute nicht. Die kann man immer mit angeben, sagen. In der Schule. Guck mal, ich habe hier meine Brotbüchse dabei. Geh halt einfach schnell rein und hol die 3 Strongen Bier. Auf 6 meine ich 5. 3, 6, 5. So viel habe ich nicht. Das kann ich nicht tragen. Wohl einfach alle. Ich muss hier gucken, ob hier die Hummels Sachen gehen. Ich hole Fakse. Achso. Der Cangni muss auch rein. Scheiße. Hättest schnell reingehen, ein Bier holen müssen. Und dann ist es immer weitergegeben. Jetzt geht die dann auch wieder mit rein und kauft. Jetzt geht die wieder mit rein und nimmt wieder den halben Laden mit. Erstmal noch Kekse backen oder so. Herr Brösel hat gerade was Geniales entdeckt. Wenn ihr in Lidl reingeht, dann stehen hier einfach Tassen. Nehmen wir die mit. Guck mal. Zum Mitnehmen. Teller. Tassen. Der Brösel kam gerade raus und hat gesagt, seinen nächsten grün trinkt er aus der Tasse. Die gibt es zum Verschenken. Das heißt. Das sind doch hier die aus äh. Ach du. Was darfst du denn? So ein Bispo. Ja lass mal die Sperrmüllhandel drin. Ja. Das ist egal. Ich glaube die wollen schon wieder grün trinken. Wollen nicht aber wenn dann mit Stil so. Wollen nicht aber jetzt müssen sie. Weil jetzt sind die Tassen am Start. Das heißt jetzt. Ein Hühner bitte. Ein Hühner bitte. Ein Hühner bitte. Ein Hühner bitte. Guck guck guck. Wie Hühner. Kennen die Hühner Geräusche? Original. Ein Hühner bitte. Ein Hühner bitte. Ja. Wollen nicht voll und ganz verstehen. Bei solchen Bekleidungen wäre mir auch schlecht. Teatime. Das ist ja gar nicht mehr zum aushalten. Guck du mal die Zineralle aus der Klapse hier du. Teatime. Ich möchte auch Teatime. Das ist der Fahrer. Das ist der Schanger. Und das ist der Ronny. Hey. Teatime. Hey. Teatime. Danke. Fürs Teamwork. So das ist der Schnee. Und das ist die Schneehöhle von Team Gelb. Wie man sieht. Da ist der Eingang. Da kann man rein. Da ist es auch noch warm. So jetzt bin ich hier irgendwie im Lidl angekommen. Die Gruppe hat sich getrennt. Weil alle so lustig drauf sind. Dass sie sich jetzt getrennt haben. Und ihr habt hier voll die Auswahl. Ihr habt hier Perlenbarer Gold. Perlenbarer Pilz. Perlenbarer Radler. Alkoholfrei. Radler Normal. Hefeweizen. Perlenbarer Original. Alkoholfrei. Perlenbarer Dosen. Alkoholfrei. Perlenbarer Naturradler. Den Rest will ich gar nicht vorlesen. Denn ihr wisst ja. Ramses Lidl Nummer 4. Ich habe die Auswahl. Und nehme natürlich Perlenbarer Strung 7,9. Davon 5 Stück für jeden Ace. Aber natürlich nur weil es kein Winterbier gibt. Also ich sehe zumindest keins. Das ist eigentlich die Wintermeile mit Winterbier. Kurzen Hosen und Schnee und Minusgraden. Aber ich sehe kein Winterbier. Deswegen muss ich natürlich Perlenbarer Strung nehmen. Aus Traditionsgründen. So jetzt hier die offiziellen Bankräuber in Aktion. Der Bierschanga hat die Idee gehabt. Er zieht sich einfach aus. Wie eine verschimmelte Drecksau. Mit einem Gehirn, wo ganz viel Schimmelpilze dran wachsen. Ja doch, guck. So. Der Bierschanga hat die Idee gehabt. Der wird ja in letzter Zeit immer in Fachkreisen als die Stripperin bezeichnet. Weil die geht immer nachts, zieht die sich immer so aus. Und dann, obwohl sie nichts mehr an hat, geht die dann erst aus dem Zimmer. Dann sagt sie, ja ich hatte ja noch was an. Und dann geht die immer duschen, kommt wieder rein und sagt, ach ich habe meinen Schlüpfer vergessen. Den muss ich ja noch anziehen. Und jetzt hat sie gedacht, ich erreiche eine neue Stufe der Sexualität. Ich gehe in den Lidl rein, stelle meine Sachen ab, strippe im Lidl, ziehe mich aus und ziehe einfach die Sachen an, die in den Regalen liegen. Wie diesen Hummels Pullover. Und als ob das nicht reicht, hat sie ihm den Auftrag gegeben, guck mal ob es noch Hummels Leggings gibt. Ach nee, warte, da sind Hummels Leggings. Jetzt ziehst du also gleich die Hose aus und den Schlüpfer. Nein, 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 das mache ich auf gut Glück jetzt. Auf gut Glück, also über den Kopf oder was? Na, na, S könnte eng werden. Wenn ihr nicht wisst, was Hummels Leggings sind, das ist das, was immer so zwischen den Beinen sticht. M, M muss passen. M sticht noch mehr. M. Neh mal S für stechen. Ha! M, Schatzi, einmal halten. Du warst früher mal ein Natururin. Jetzt bist du Schatzi Boy. Aber nur meiner. Ich bin immer noch ein Natururin. Du bist immer noch eine verschmierte, verschissene Bazille. Ich bin ihre Mistgabel. Ihre Mistgabel. Da gibt es ordentlich Scheiß zu schaufeln. Ja. Spaß. Hummels. Bei ihm in Bremen gab es das gar nicht. Deswegen habe ich darauf gehofft, dass es das hier gibt. Nein. Doch, gibt es ja jetzt. So, der Bierschanger. Oh, hey. Hier. Moment, Moment, Moment. Ich korrigiere. Die Stripperin. So, weiter geht's. Ja. So, mein Handschuh ist zu langsam. Ich dachte, du hast das gekauft, um es drüber zu ziehen, weil dir so kalt ist. Nein. Dabei wechselt sie die Klamotten. Ja. Ich muss mich einmal Chameleon-mäßig wie Kecleon umziehen. Hummel-mäßig. Hummel-mäßig. Das ist die Kleidung, die sticht. In Größe S. Nein. L. L. Bist du dicker geworden? Vorhin war es noch M. Oder F. Als ich dabei war, war es noch die M. Ich bin raus. Nein, es ist die L. Es ist die L. Es ist die L. Willst du die Leggings auch noch anziehen? Vielleicht später. Das ist Regelverstoß. Das war eine Fangfrage. Mann ey. Die fällt immer drauf rein. Schatzi. Na? Schatzi. Babymaus. Guck mal, die zwei sind schon total in ihrem eigenen... Ich bin ein Katastrophengesicht. Guck mal, wie der filmt. Das ist behind the scene. Und wir beide machen eine Challenge, wer als erstes das Bier ausdrinkt. Aber nicht beim Faxe 10. Doch. Das ist Hannes sein Bar. Geht euch nicht raus. Eine persönliche Challenge. Hannes ist jetzt dran und Hannes hat die glorreiche Idee. Also wir müssen jetzt das Strong Beer hier öffnen. Dann hören wir raus. Dort drüben ist schon der Rewe. Und der Hannes möchte dort einen Faxe holen. Pass auf, ich habe noch einen Bomben. Hoppa. Dort geht es irgendwie... Der Weg, der da hoch geht auf die Straße, ist glatt. Also es kann passieren, dass man da noch was Lustiges sieht. Ich glaube es aber nicht. Das glaube ich nicht. Das Lustige hat man auch schon alles gesehen hier. Aber ich kann die Kamera ja bereit führen. Wenn alle hoch gehen. Wenn ihr was Lustiges sehen wollt, guckt bei der Fahrer mal auf das Video. Das ist bestimmt unten verlinkt. Nature Boy seien sie es auch verlinkt. Und der Hannes ist verlinkt. Mit seinem äh... Oh, da müssen wir weg. Dann filmen sie schon. Der Hackelscharsch. Ich habe meinen Hummelsklobe. Du musst als erstes aufmachen. Du musst als erstes aufmachen. Ja, kann ich doch. So, ich bin der Ramse. So was die anderen sind, das weiß ich noch nicht. Genau, das ist hier die Tomaten im Herbst. Ich habe das Berlenbacher strungen genommen. Weil es kein Winterbier gab. Und weil das Design ist das beste Design, was ich je vom Berlenbacher gesehen habe. Das hat 7,9 Prozent. Das zippelt in der Börsch. Was machst du da schon wieder? Na warte. Und das möchten wir jetzt mal aufmachen. Ich habe gerade herangesoomt. Hannes. Weil der, der das Bier ausgewählt hat, muss es ja immer öffnen. Warum hast du das Bier ausgewählt? Das habe ich doch gerade erzählt. Die hört nicht zu. Sauf mal lieber noch ein Febi. Und der zweite, der öffnet, muss immer der Brösel sein. Weil der macht es ja immer ganz speziell auf. Bin ich mal gespannt, wie du das machst, wenn es eine Dose ist. Ich mache es auf jeden Fall ohne Handschuhe. Warte. Ohne Handschuhe. Das ist ja sehr speziell. Ich wollte ja nicht cheaten. Oh jetzt. Oh das Bier ist schön warm. Woppa. Jetzt hatte ich auch. Prost. Prost Hannes. Prost. 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 Prost Bierschanga. Mit neuen Hummelspullover. Prost Hummels. Neues Bier. Prost Naturin. Prost. 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 Prost Naturin. Prost. 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 Und jetzt haben wir gefühlt, für Bianca Info, 3 Minuten Zeit das auszudrinken. Dann ist der nächste Laden. Oh scheiße. Ich muss vor meine Orthopädie nochmal kurz. Also kannst du sagen, du musst purzen? Ich muss kurz vor meine Orthopädie anrissen. Das ist dumm. Ich mag keiner. Hannes hat schon wieder leer. Das gibt's doch nicht. Ach du hast gerade ausgetrunken. Hannes hat schon wieder leer. Das ist nicht sein Ernst. Was? Was? Das kann man sogar trinken. Das ist aller aller. Der Fahrer hat den Punkt für das erste Bier. Ne. Der Hannes war 30. Hannes ist auch. Ich weiß nicht was sie machen. Ich muss erstmal aufs Klo sonst kann ich nicht trinken. Was wir vergessen haben zu sagen, es ist jetzt 13 Uhr 13 und das ist das 4. Bier. Mein Name ist Johnny Knoxville. Und das ist der Fahrer. Der Fahrer. Der Fahrer. Der Fahrer Jack S. Mit einem Bier Schanger. Mit einem neuen Hummels Pullover. Mit einem Hummels was sticht. Oh nein, da ist kein fehlendes S. Die haben dich beschissen. Mit dem Ronny. Ronny ist auch wieder da. Das ist der Biergarten im Winter. So sieht der aus. Und der Natururin. Der macht gerade da Urinstrahl gegen die Packstation. Oh da steigt jemand aus. Jetzt schnell weg. Sag mal. Und wie schmeckt dir jetzt? Das Perlenbacher Ultra Strong. Ich muss sagen dafür, dass es 7,9% hat. Ist es sehr süffig? Ich mag kein Starkbier eigentlich. Doch, jetzt schon? Aber ich muss sagen, das kann man doch eigentlich ganz gut trinken. Und sieht gut aus. Das ist extrem gezuckert. Sieht wunderbar aus. Hat die passenden Farben. Ich möchte das eigentlich gar nicht trinken. Was ist denn mit dir? Zutatenwasser gestern. Wie schmeckt es dir? Dezente, bittere, sehr vollmundig malzige Note. Nicht vorlesen. Wie schmeckt es dir? Es ist wirklich, also für 7,9% sehr mild. Würde ich jetzt aber nicht zu meinen Lieblingsbieren tendieren. Also gerne wieder. Wie schmeckt es dir? Ja, ich hätte gerne ein dünneres Bier. Aber es geht schon. Ich bin auch darauf vorbereitet gewesen. Und deswegen wusste ich schon, auf was ich mich einlasse. Der war jetzt schon aufs nächste hier. Der flungert schon wieder. Ich habe duscht. Der hitzt schon wieder. Es geht runter wie nichts wie Butter. Seht ihr? Seins ist fast leer. Deswegen ist er jetzt traurig. So gut schmeckt dieses Bier. Wie schmeckt es dir? Hervorragend. Was? Das Bier schmeckt hervorragend. Das hier? Ach du hast zwei getrunken. Dem schmeckt es so gut. Der hat gleich zwei getrunken. Der hat also gleich 15,8. Der hat der Hannes. Interessant ist immer der Aufstieg hier. Hoch zur Straße. In der Winter Edition. Ja toll. Jetzt filmen wir hinter mir. Wenn einer hinfällt. Was ist hier? Stau. Guck mal da. Das kommt nichts. Der Film. Da muss ich mich selbst erst noch mal überzeugen. Da kommt doch einer. Ah! Kommt einer! Ah! Ah! Das war knapp jetzt. Hannes! Ruhige dich! Es gibt doch gleich deine Faxe. Hält meine Tasche? Hält meine Tasche? Ja, die hält. Ja, bitte. Was sie verspricht. Guck. Soll ich dir ein bisschen Bier reinfüllen? Nein! Jetzt ist der Plan. Wir sind ja... Ne, wir sind gar nicht einmal ganz durch. Der fünfte fehlt. Der fünfte, der letzte, der noch nicht gewählt hat, ist der Hannes. Und weil wir jetzt zum Rewe-Sender laufen, was hier oben ist, ist der Hannes dran, wählt ein Bier. Weil der Weg zum Kaufland aber so weit ist, wählt der erste, der Bierschanga, auch ein Bier. Es werden also zwei Biers mitgenommen. Hannesbier wird von hier bis zum Markt getrunken und vom Markt bis zum Kaufland wird Bierschangas Bier getrunken. Aha! Mit Genaya damals haben wir nur eins mitgenommen und haben dann auf dem Markt beim Abo-Döner Bier geholt. Die hatten aber nur Hasseröder. Das ist ja keine Auswahl und deswegen... Kaufen! Stoppen! Stoppen! Wenn die Dose leer wäre, würde ich sie jetzt werfen. Aber ist noch was drin. Deswegen haben wir dann eingeführt, dass im Rewe gibt es viel Auswahl, viele Biers. Dass man lieber zwei hier mitnimmt und dann auf dem Markt das andere noch trinkt. Bevor man an Hasseröder gebunden ist. Das ist richtig widerlich. Was ist widerlich? Heute ist immer noch nicht mein Tag zum viel Bier trinken. Na doch, guck. Bist du bis jetzt dabei? Ja, bis jetzt, ja. Jetzt schnell austrinken. Da ist der Fahrer und der Hannes. Und das ist noch das Bernbacher Strunk. 7,9. So, aus Tradition, wie immer, Rewe mit dem Schild. Besser wäre 24. Hier das Smiley und dann, ihr stinkt alle. Wenn wir uns mal umschauen, ist gar keiner da. Es stehen nämlich alle da vorne. Das heißt, niemand stinkt außer mir. Und jetzt holt der Hannes Bier. Mach mal eine Einführung, Hannes. Eine Einführung. Eine Einführung. Wer weiß die Uhrzeit noch von vorhin? 13.13 Uhr. 13 Uhr kürzen, ne? Und jetzt ist es bestimmt 16 Uhr. Ihr habt also eine halbe Stunde jetzt draußen rum geaffelt. Au! Au! So, auf der Suche nach Winterbier im Rewe, im oberen Rewe, haben wir dieses Estrella Galicia gesehen. Das kenne ich nicht. Das sind aber nur 0,3. Du hast gesagt, das dritte Winterbier, Bock. Ach, scheiße. Da ist auch nicht das Winterbier, Bock als Bonus. Es gibt sogar einen Sixpack mit 5 Flaschen. Und dahinter steht aber noch eins mit 6. Es sind sogar 5 Flaschen. Ein Sixpack mit 5. So ist das Original. Und der Hannes übertreibt es jetzt, weil der Hannes darf ja auswählen. Der Hannes im Faxe. Ja. Ein Liter, Faxe, zack. Wir haben gesagt, Regeln sind mindestens 0,5. Hat er gemacht. Bianca hat auch schon ausgewählt. Sie hat jetzt hier dieses Chocolat-Karamell. Komm, wir gehen zur Kasse. Nein, mein Ei. Du musst doch was sagen. Aber wenn er so... Bonusbier. 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 Nein, ich hab kein Bonusbier. Das ist regulär. Bonusbier. 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 Äh, da vorne ist das Bonusbier. Ja. Das hier, das ist das nächste Bier. Genau. Machen wir das Fivepack aus. Regulär. Bianca. Ach, scheiße. Wie spät ist es? Zu spät. 13.13 Uhr waren wir hier. Prozeit, Alf. Prozeit ist. Und dann haben die da rum oxidiert. Es ist 14 Uhr. Kann ich jetzt anzünden? 14.05 Uhr. Wir haben fast eine Stunde hier rumgegaunert. Du warte. Alter, was ist denn mit dir nicht verkehrt? Das ist ja richtig. Der Hannes hat jetzt fünfmal Faxe mitgenommen. Und warum? Warum hast du Faxe genommen? Dass sie schon besoffen werden und dann nochmal Spaß haben. Nee, das ist jetzt schon drin. Der Rest ist egal. Deine Naturkur... Deine sieht schöner aus auf der Kamera. Muss ich schon sagen. Dein Bild ist extravagant. Ramon, du bist dran. Ach so, dann muss ich jetzt auch noch meinen Fingernagel abreißen. Ja klar. So. Können wir jetzt alle endlich trinken? Ja. Alle endlich trinken. Mann ey. Muss ich jetzt den Löcher sehen. So. Gebrost. Was war das? Was ist jetzt passiert? Oh, jetzt habe ich mein Handy voll. Ich habe mein Handy voll gespuckt beim Sprechen. Aber was immer noch hier ist, was es immer noch gibt, was damals schon richtig genial war. Das hier. Scheiße. Hey, wieso knickt denn das jetzt und bricht? Das war doch immer so flexibel. Du musst meinen Rucksack vielleicht wegnehmen. Nee. Nee, das ist ja scheiße. Das macht ja gar nichts mehr. Es ist zu kalt. Es ist zu kalt. Ah. So, wir haben jetzt hier das Faxe vom Hannes. Wie schmeckt dir das Faxe vom Hannes? Ich habe gerade daneben getrunken. Es schmeckt auf jeden Fall wie Bier ohne Huffenextrakt. Jetzt fängt der schon wieder an mit der Wissenschaft. Warte mal, der Hintergrund ist zu hell. Man sieht mich kaum. Ach, du guckst selbst. Oh, jetzt sehe ich aus wie ein Mondgesicht. Jetzt muss ich wieder ins... Ja, schmeckt okay. Also man kennt es ja, aber es schmeckt okay. Man kann es trinken. Wir können auch einen Podcast draus machen ohne Bild, dass man nur den Ton hört, wenn nicht das Bild stört. Dein Akku ist fast leer, glaube ich. Wow. Wie hat dir das Faxe geschmeckt, Mondgesicht? Das Faxe schmeckt mir immer noch sehr gut. 5-0 und man merkt nicht, dass es 5-0 ist. Ey, wieso hast du denn das geheult, als er es ausgewählt hat, wenn es dir so gut schmeckt? Weil er so viel ist. Da hast du halt länger was davon. So, wie schmeckt dir das Faxe? Hervorragend. Warum hast du das gewählt? Weil es keinen 10-0 gegeben hat. Romy! Ja! Traubeeinsatz. Schmeckt dir auch das Faxe? Ja. Ach Mann. Dann muss ich schon wieder anfangen zu weinen, wenn ich das sehe. Ich habe heute nicht meinen Biertag. Doch, das ist heute. Der tut immer nur so, wenn die Kamera aus ist, der fliegt hier rum. Du sagst euch, der macht hier Rückwärtsformation durch den Saldo, durch den Reifen. Also ich finde, das kann man trinken, aber nicht in der Gesellschaft. Wie sie sehen, ist das der Naturhin, auch genannt der Naturbursche. Das ist der Fahrer. Da sehen sie den Hannes in freier Natur. Oh, da kommt ein Geschoss angefahren. Das ist ja richtig. Das zerteilt sich ja, wie der Mann aus Mexiko. Der Daumen ist auch oben. Das ist wunderbar. Wenn Sie gerne da noch eine Episode von sehen wollen, schreiben Sie es in die Kommentare. Ich bin ein Gehirnabfall. Also ich habe Schimmelpilze im Gehirn drin, das ist geil. Heißt das jetzt, geht es dir besser oder was? Naja, naja. Du bist ein Barzeller bist du. Das klingt immer so, als würde man dich beleidigen. Du Barzeller du. Die macht schon wieder Striptease. Dann bin ich gewonnen. Die tanzt an der Stange. Die Frau braucht Aufmerksamkeit. Wenn ihr das auch braucht, schreibt es mal in die Kommentare und kauft euch Hummels jetzt neu. Der Brösel, mach den. Es weh da unten. Habt ihr das gesehen? Mein Bier. Was ist mit dem Bier? Kann ich das auch? Scheiße. Das sah gar nicht so gut aus. Hannes, jetzt bin ich nass. Der Hannes macht. Du musst immer übertreiben. Wie der Homa mit dem Salzstreuer. Die versucht schon wieder ihr Bier zu verkippen. Die rennt hier nur rum, dass das Bier rausfliegt. Guck. Hannes. Fertig. Fertig? Fertig. Wir sind jetzt hier beim Naturin, seinem nächsten Tarpplatz. Eigentlich sind wir hier im Kreisverkehr von Hildburghausen. Das sieht so aus. Hier drumherum ist der Kreisverkehr. Wir sind hier in der Mitte. Das sieht richtig genial aus. Hier kannst du einfach einen Grill reinstellen. Grillrost. Hier kannst du hier einen Tarp aufstellen. Hier kannst du einen Adlersorn reinlegen. Und dann kannst du dich hier drauflegen. Und dann freuen die sich richtig genial. Der Hannes hat wieder den Punkt für das erste Bier. Mal gucken wer der letzte wird. Mit Lavendel. Was ist das? Lavendel. Woran erkennst du das? Das ist Lavendel hier. Warum? Das ist Lavendel. Es schmeckt. Es ist Lavendel. Ja der Hannes ist schon wieder overdosed. Und deswegen hat er den ganzen Unkraut hier weggenascht. Guck mal. Das ist normalerweise ein Springbrunnen. Dann läuft die Suppe über die Statue drüber runter in die Hose. Und jetzt ist alles gefroren. Weil es ist Winter. Es ist warm. Das heißt es ist noch Eis dran. Guck sie dir an. Eismann. Da guck. Hier warm. Was ist warm? Da ist warm. Mein Sohn ist noch dauernd. Adi Schatz. Und hier der Fahrer. Ich bin der Fahrer. Und das ist der Hannes. Hallo. Der Hannes hat sein Bier schon leer und ist noch nicht. Ich bin schon leer. Und das ist schon leer. Am Dino. Müssen wir das nächste aufmachen. Die fressen sich schon. Der Hannes hat das nächste schon wieder ausgepackt. Ekelhaft. Noch mal ganz kurz. Das ist mein Guder. Kennt ihr den? Müsst ihr mal bei YouTube eingeben. Mein Guder. Oder mein Guder Meme. Ich wusste nie was das ist. Und dann habe ich es gesehen bei YouTube. Mein Guder. Das bin aber nicht ich. Ne. Das wäre sonst der Fahrer. Ich bin der Fahrer. Aber das ist mein Guder. Das war so ein... Da waren die aus so einem Fest. Und da hat einer so gegrillt. Und dann kam der so angelaufen. Mein Guder. Bla 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 bla. Und dann haben wir das Bild von dem. Wie der so geguckt hat. Mit dem Satz mein Guder. Einfach als Sticker reingehauen. Das war's. Mein Guder. Mein Guder. Ach Scheiße. Jetzt ist es vorbei. Mein Guder. Mein Guder. Kennt ihr mein Guder? Das Meme. Ich wusste es bis jetzt nicht. Mittlerweile habe ich es kennengelernt. Mein Guder. Wir sind jetzt am Pisedino angekommen. Der Pisedino aus Pisedina. Guckt, die rennt schon wieder rum. Macht Faxen. Das ist der Nature Boy Ric Flair. Das ist der... Ronny. Was wolltest du sagen? Ich werde nur ein 1000 Füßler Gesicht. Du bist der Human Sendipid. Du alte Arschkommel. Jetzt haben wir nicht erwischt. Ja. Gut, ja. Ich zünde jetzt mein Bier an. Ne, die... Die Bianga hat dieses... Holzen Bernstein Lager ausgewählt. Oder wie der Pierre gesagt hat. Holstein Bernstein. Jetzt müssen wir mal die alte Madruschka fragen. Moment. Kann man jetzt das Bier anzünden? Warum hast du dieses Bier ausgewählt? Also ich habe das Bier ausgewählt, weil hier hinten drauf steht. Mit Karamellnote. Und ich liebe Karamell. Und deswegen habe ich das ausgewählt. Karamell. Dann mach mal jetzt dein schäbiges, trinkiges, neuliges Bier auf. Ja, warte auf. Ich habe gerade hier auf diesem tollen Chamäleon ein Feuerzeug gefunden. Ist das denn Natururin? Weiß ich nicht so genau. Weil du da drauf sitzt, frage ich gerade. Äh... Da jetzt nochmal. Da möchte ich jetzt kein Kommentar dazu abgeben. Das ist ja nicht so. Ich habe das Feuerzeug hier gerade gefunden auf diesem Chamäleon. Da ist eh dran. Das glaube ich nicht. Damit mach ich auch. So, warte. Super. Jepa. Jetzt müssen wir noch den Fahrer filmen, wie der sein Bier aufmacht an was. Jetzt hab ich erst mal ein schönes Bild gemacht. Super. Das ist aber wirklich... Weil... Noch schöner siehst nur du selber auch. Hahaha. Das kann gar nicht sein. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe es nicht gesehen. Obwohl... Das kommt noch. Wo möchte der Fahrer jetzt dein Bier aufmachen? Ich habe noch 8% unten. Das kommt nicht mal so an. Ah, der Schwanz ist eckig. Hier sind Geländer. Der Schwanz hinter mir ist eckig. Und... Das Zeug ist auch da. Am Mülleimer. Am Mülleimer. Am Mülleimer. Am Mülleimer geht es. Versucht am Mülleimer. Das klappt immer. Dann kann man es auch... Geht es auch mit einer Hand. Ja. Der ist. Wenn ich das hier so ansetze und dann einfach nur... Mach. Das geht natürlich mit einer Hand. Hoppa. Ey, ich lerne vom Fahrer. Aber du musst den Kronkork noch aufheben. Ja, das muss ich nicht. Ich bin ja nicht der Fahrer. Ich bin der Umweltvergewaltiger. So. Wir sind jetzt hier vor der alten Schwane. Oder wie das heißt. Eigentlich... Müssten wir bis zum Kaufland eingedeckt sein. Aber... Die Jungs und Mädels haben am Pissettin noch so schnell getrunken. Dass wir jetzt Zeit haben für ein... Bitburger Winterbock. Bonusbier. Bitburger Winterbock. Bonusbier. Genau. Mit sieben Prozent. Also ein Bonusbier. Das ist quasi wie eins. Und weil es ein Bonusbier ist, ist das auch 0,3 statt 0,5. Dann tue ich... Ja komm, probier gleich mal hier. Hoppa. Das ist wunderbar. Hoppa. Scheiße. Das ist das Falsche. Hier ein Bonusbier für dich. Bist du Film? Sau. Oh Gott. Warte. Jetzt sieht eh schon aus, dass du erst wieder gescholten mit dem Haufen. Geschafft noch. Ich hab's geschafft. Hast du? Ja. Ein Bonusbier für dich. Dankeschön. Normalerweise hätten wir ja Bier bis zum Kaufland. Aber ihr trinkt so schnell. Nachdem ihr langsam getrunken habt. Oh geil. Dass wir noch Bonusbier einführen können. Geil. So. Das ist auf wie beim Brösel. Einfach weggesappt. Hannes, du bist noch dran. Magst du noch dein Bier aufmachen? Hast du jetzt die Tür eingetreten? Das ist das Bonusbier. Das ist Bonusbier. Das ist Bonusbier. Bis zum Kaufland. Warte mal. Das ist das gute Bitburger Winterbock. Mit 7%. Hört sich gut an. Und wie schmeckt's? Ah. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ja. Und wie schmeckt's? Das Winterbier. Warte. Auf Scheiße. Ich hab noch kein Bier. Naja. Was? Es ist etwas bitter. Etwas bitter. Es schmeckt so wie wir müssen jetzt langsamer los. Warte. Ich will ja keinen Stress machen. Hat ein bisschen Eukalyptusgeschmack. Ich will ja keinen Stress machen. Hallo kleiner Koala-Bär. Wie schmeckt's? Ja mach auch keinen schnell. Ich möchte ja keinen Stress machen. Aber wir müssen langsamer los. Es schmeckt nach. Wir müssen ganz schnell dahin. Es hat einen leichten Eukalyptus nach. Ich schrink auch mal einen Schluck. Ich lauf jetzt ganz langsam los. Das geht. Mach keinen Stress Junge Mann. Es schmeckt nach. Wir müssen langsamer los. Hey Leute. Alles geht schon. Scheiße. Alles geht schon. Alles geht schon. Ich mag Bier. B-I-R. Mama sagt bitte sauf wenig. Ne. Noch mehr. Noch mehr da. Noch mehr da. Wir sind jetzt hier am Kaufland angelangt. Mama sagt bitte sauf wenig. Das ist das Kaufland. Normalerweise geht's hier runter. Da fahren Autos hoch. Da ist der Eingang. Hier haben sie jetzt extra ein Arsenal gebildet. wo ihr Park platzen könnt. Also wo ihr parken könnt. Da ist der Fahrer. Grüß dich. Oder euch. Der Fahrer uriniert grad. Das ist egal. Das hab ich nicht gesagt. Ich möchte einen pinken Bierpowerpillover haben. Bierpower. Ein pinken. Ein pinken. Ein pinken ja. Ich finde den voll hübsch und pink. Der würde zu meiner blauen. RONDI. Der ist jetzt aber gar nicht so durchgekommen. Oder? Nein. Oh nein. Wer ist jetzt der nächste? Als nächstes? Müsste? Ich war die letzte. Aber ein ähm. Wir müssen jetzt auswählen. Ich war die letzte. Ich war die letzte. Ich war die letzte. Du bist die letzte. Du bist die erste. Ja. Ich war die letzte. Nee. Quatsch. Quatsch. Warte mal. Er und sie haben ausgewählt. Das heißt. Naturin muss jetzt zählen. Und du auch. So komm mal her. Ich versuche mal hier das Ding in den Kanister einzufüllen. Hoppa. Du bist der Fun-Fahrer. Ich hab noch mehr. Hoppa. Fun-Angel. So. 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 Ähm. Du bist der Fun-Fahrer. Was für eine Meile. Was für eine Meile Junge. Was wünschst du von mir? Guck mal her du. Kass. Verklauen. Wir teaten einfach mal. Was für ein Haseröder jetzt. So. The next beer. Aus dem Kaufladen. Das Haseröder. Das Haseröder. Von Naturin. Warte jetzt. Und der kann dann Turin mal filmen. Wie das Haseröder aus dem Kaufladen vom Naturin aufmacht. Und dann kommt der Brösel. Wie der das Haseröder aus dem Kaufladen vom Naturin aufmacht. Das ist das Feuerzeug. Und jetzt kommt der Herrgott. Oh. Der Herrgott. Warte. Na weg. Der Herrgott. Und mal der Herrgott. Warte. Warte. Ich muss noch mal mein Brötchen weglegen. Oh. Ohne Brötchen. Oh. Jedes Flötchen. Das geht nicht. Ja doch. Noch fünfmal. Dann ist bestimmt auf. Alter. Hier ist ein Schloss. Guck mal. Hier ist noch was zum Aufmachen. Scheiße. Ich mag Bier. B.I.L. Mama sagt bitte sauf wenige. An den eckigen Sachen. Es muss alles eckig sein. Alles was eckig ist. Ich mag Bier. B.I.L. Mama sagt bitte sauf wenige. Bier. Bierschank her. Ja. Ah. Ah. Ja. Turin du bist der Bursch. Komm mal her du. So. Warte mal. Wie hat den Fahrer filmt. Schnell mal wie es uns ausmachen. Wer hat das gewählt? Wer hat das gewählt? Was? Das ist dein oder das ist meins? Wer hat das Hasseröde ausgewählt? Ähm. Die Schanken glaube ich. Wer hat das Hasseröde ausgewählt? Du? Ja. Achso. So. Der Turin hat jetzt das Hasseröde ausgewählt. Warum hast du dieses Bier gewählt? Bleib mal hier. Weil ich das auch ganz gerne mag. Dann mach mal eins auf. Ja. Dann probier mal einen Schluck und sag mal wie dir das schmeckt. Das schmeckt Hasseröderhaft. Okay. Fangen wir mal an Brotscheid? Ich habe das hier ausgewählt. Weil es gibt es halt hier nicht die Wahl. Du hast ja gar keine Wahl gerade. Du musst jetzt Hasseröder trinken. Achso. Achso. Ich trink mal davon. Das pfeift ja gar nicht. Was ist das los? Sag mal, trinkst du jetzt oder was? Wie habe ich das eben gemacht? Damit? Egal. Ich trinke jetzt einfach mal. So. Das ist das Hasseröder. Das ist das was ich ausgewählt habe. Ja. Das interessiert mich. Habst du reingekusten? Nein. Das dürfen wir jetzt nicht zeigen. Das ist jetzt schon mal. Also kein Klang. Nix. Das ist echt schlecht. Deswegen trinkt man das nicht. Nee, Hasseröder ist aber eine gute Wahl. Weil es hat keinen Hopfenextrakt. Wo kann ich denn das zeigen? Der scheiß Hopfenextrakt. Ich gehe mal zum Hannes rüber. Warte mal. Hannes. Wie schmeckt dir das Hasseröder? Hasseröder mache ich nicht so gern wie das Warsteiner. Hast du schon getrunken? Ja. Zeig mal wie es aussieht. Wenn du einen Schluck Hasseröder trinkst. Hey. Das schmeckt dir aber richtig. Nein. Nicht so gut. Aber es haut rein. So. Das ist ein Hasseröder. Ich würde gerne einen Schluck trinken. Aber das Bier ist zu. Ich kann nichts machen. Die lassen mich alleine. Und deswegen sehen wir uns dann später wieder. wenn das Hasseröder auf ist. Das Hasseröder ist jetzt auf. Ihr könnt einen Schluck trinken. hier. Das war das Bier vom Natur-Urin. Und die machen schon wieder Faxe. Guck. Ich mache Faxe. Ich mache Faxe. Ich ziehe nur hier dran. Ach du Scheiße. Sieh wir müssen jetzt hier runter laufen. Guck. Das war ein Problem. Hier runter wo der Brösel lang läuft. Eins. Wirklich? Ehrlich jetzt? Ja. Jetzt gehts aber. Jetzt. Hoppa. Hoppa. Ja. Ja. Hannes. Schaffst du es noch hier runter? Nein. Der Hannes misst aus. Ja. Hoppa. Ja. Ja. Ich bin hier unten. Ach du Scheiße. Ja. Da ist der Fahrer. Guck. Der fährt zwar nichts mehr, aber der ist immer noch dabei. Du hängst aber nicht mehr. Ach du Scheiße. Ich bin jetzt hier runter gelaufen. Wege rutscht. Voll auf die Puzzle gebaut. Voll auf die Puzzle gebaut. Der Hannes ist einen Meter weiter gelaufen. Der liegt auch gerade in der Wiese drin. Der ist auch voll hingeflackt. Ich habe keine Ahnung wie der Rest es geschafft hat da vorne, aber wir haben uns volles Maul hingesemmelt. Das heißt wir nehmen jetzt unsere Hasse Röder und wir laufen weiter. Hannes, ich bin da. Ich gebe dir gleich die Hand. So wir haben es mittlerweile. Uhrzeitmäßig ist es. Ich muss mich nur noch 30% Akku auf dieser Kamera. Was heißt das? Wir haben es Uhrzeit 17.47 Uhr mit längerer Unterbrechung am Kaufland. Wenn ich mich recht entsinne, mussten wir Pause machen. Es ist dran, bröselt sein Bier. Er hat ausgesucht Münchner Hell. Geile Action hier, Licht. Komischerweise wir haben nur noch vier Biers davon übrig, aber ist nicht ganz so schlimm. Münchner Hell? Total geil hier mit Licht. On the camera. Paulana München Münchner Hell. Warum hast du das ausgesucht? Das war billig auf Amazon. 18 Euro. Mit Stab hier und so. Der sieht man jetzt gerade nicht. Ah, okay. Das ist nicht so ein Stab, sondern das ist hier so, guck mal. Du bist der Beste. Das ist hier nicht so ein Micky aus Stab, sondern der geht hier einen Meter oder so. Ich würde sagen, wir tricken es einfach. Hannes? Noch da? Noch halbwegs. Noch da? Willst du es aufmachen oder was? Ich, Kamerafrau, habe ich übernommen den Job jetzt gerade, weil sonst keiner mehr fähig dazu. Ich würde sagen, Bier start. Start, komm. Wer macht es auf? Hannes, das ist das, was ich schon auf hatte. Oh, guck mal, ich hatte es auf. Ja, ich muss es nochmal machen. Ich muss es nochmal machen. Gebrostet würde ich behaupten. Ich kann es nochmal machen. Neh mal hier das. Das leuchtet mal hier. Das ist Radius 10. Radius 8. Achtung, pass auf. Und jetzt trinken die alle mal Eis. Das ist der Ramon. Das ist der Hannes. Und das ist der Naturin. Und das ist der Fahrer. Guck, der Fahrer. Und das ist der Bierschanga. Mit neuer Hummelshose, mit der nicht schön auf den restlichen Traktor. Und wir sind jetzt gerade eigentlich im Netto. Wir müssen noch ich Netto, Hannes, Aldi und da kommt noch Bierschanga. Noma. Bierschanga Noma. Und der Naturin Panorama. Dann sind wir eigentlich fertig. Yo. So. Das ist das Münchner Hill. Das ist der Naturin. Daneben, das ist der Hannes. Das ist die Stripper Girl. Und das ist der Brösel. Also aka der Fahrer. Wo fahren wir eigentlich heute noch hin? Mit der Hand über den Arsch. Scheiße. So, an der Stelle mal eine kurze Unterbrechung hier. Denn jetzt ist folgendes passiert. Die Aufnahmen gibt es nämlich nicht. Aber Naturin, Hannes, die lagen ja da am Boden rum. Sonst was. Naturin ist glaube ich irgendwie eingeschlafen. Da kam ein Security aus dem Netto raus, den ich noch nie gesehen habe. Ist mir auch neu, dass die jetzt Security haben. Der hat uns auf jeden Fall gebeten, den Windfang zu verlassen. Was ich auch noch nachvollziehen kann. Weil es natürlich nicht schön ist, wenn da rumgelungert wird. Und war schwer, den Naturin wach zu kriegen. So, der Typ der Security ist dann auch ziemlich aggressiv geworden gleich. Total. Der kam raus, hat schon so rumgemault wie sonst was. Also vielleicht nicht sein bester Tag gewesen. Und gleich so. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwann Naturin wach gekriegt. Wir haben auf den Security gehört. Weil wir sollten ja den Windfang verlassen und sollten raus. Sind also alle rausgegangen. Da ich aber eigentlich nur gewartet habe, dass wir fertig sind und dann halt, dass ich fünf Bier aussuchen kann. Habe ich mir gedacht, okay, pass auf, machst du folgendes. Die sind jetzt alle draußen. Du warst ja noch gar nicht drin im Netto. Du musst ja jetzt aber eigentlich fünf Bier aussuchen. Musst rein und alles. Dann wartet ihr draußen. Ich gehe alleine rein. Dann hole ich fix halt die fünf Bier, dass wir weiterziehen können. Haben wir uns halt kurz ausgeruht. Dann können wir weiterziehen. Und Bewegung tut dann sicherlich gut. Ich gehe jetzt so wieder in den Netto rein. Während ich reinlaufe, sagt schon der Security zu mir, ich soll verschwinden. Habe ich nicht verstanden in dem Moment. Keine Ahnung. Ich meine, wir waren ja jetzt da nur raus und ich wollte nur fix einkaufen. Also ich habe mich ja nicht irgendwo hingelegt und dann geschlafen oder so. Ich wollte doch einfach nur fix die fünf Bier holen. Dann bin ich zum Bier gegangen. Ist er mir hinterhergelaufen die ganze Zeit auch. Ich stand dann an den Kästen, habe dann versucht, Bier auszuwählen. Ich habe dann geguckt, gibt es wieder Winterbier, gibt es nicht. Ich habe mich da nicht aus der Ruhe bringen lassen, habe da so in Ruhe geschaut. Und er hat immer wieder dann betont, ich brauche gar nichts holen. Ich brauche nichts einkaufen. Ich werde eh nicht abkassiert. Mich kassiert keiner. Aber er hat der Kassiererin auch Bescheid gesagt, dass ich nichts kaufen darf, dass ich nichts kaufen soll, dass ich nichts kaufen brauche. Das habe ich aber auch nicht verstanden, weil ich habe eigentlich nichts gemacht und wollte doch einfach nur fix einkaufen. Dann habe ich mir meine fünf Biers trotzdem mal auf den Arm gepackt, bin fort zur Kasse, wollte das gerade so aufs Band legen. Da hat er mir am Arm rumgezerrt, ist immer aggressiver geworden, weil ich ja nicht gehört habe. Aber ich ja dachte, ich will einfach diese Station, ist ja wichtig, wir brauchen die Station. Ich will jetzt diese fünf Bier kaufen, ich will raus, wir wollen weitermachen, zack. Ja, hat mir den Arm weggezogen, eine Flasche Bier ist runtergefallen, ist natürlich kaputt gegangen. Das war ihm dann zu viel, hat er direkt Hausverbot ausgesprochen und gesagt, jetzt er holt gleich die Polizei und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, Moment, dann holen sie die Polizei, weil ich weiß nicht, was jetzt das Problem ist, weil ich habe nichts gemacht. Sie haben jetzt die Flasche runtergeschmissen, nicht ich, da wäre ja gar nichts passiert, keine Ahnung. Und warum ich jetzt auf einmal Hausverbot habe, wegen was, verstehe ich auch wieder nicht. Klar, wenn das Hausrecht von jemandem, da können die das natürlich auch ohne Gründe, aber mir war das irgendwie zu dumm. In meinem Zustand war ich dann wieder bockig, gebe ich zu, wollte dann wissen, was jetzt hier gespielt wird. Er hat also dann direkt die Polizei geholt, die kam dann auch an, er hat gegenüber der Polizei auch zugegeben. Also hat auch gesagt, dass die Flasche, die runtergefallen ist, ist auch von ihm gewesen, seine Schuld, dass die ihm runtergefallen ist. Er möchte aber trotzdem eine Anzeige machen, wegen Hausfriedensbruch. Und die haben halt Personalien aufgenommen, alles hin und her. Mittlerweile wurde ich auch jetzt von der Polizei angerufen, sollte vorbeikommen, sollte Aussage machen, habe das halt alles erklärt, dass ich das ja nicht verstehe. Weil ich habe ja nicht Hausverbot gehabt und bin wissentlich dann da reingegangen. Während ich drinne war und da mal eingekauft habe, wurde mir Hausverbot in dem Moment ausgesprochen. Wo ich ja schon drin war und deswegen jetzt Hausfriedensbruch, weil ich ja trotz Hausverbot einkaufen war. Obwohl ich ja erst beim Einkaufen Hausverbot gekriegt habe. Und das ist schon das zweite Mal gewesen, dass in diesem Netto ich Hausverbot ausgesprochen bekommen habe. Nur beim ersten Mal war es sogar so, da war ich selber noch bei Netto angestellt. Im oberen Netto habe ich gearbeitet, war unten im Netto mal einkaufen. Da hat auch eine, die Filialleiterin von unten gesagt, hier, du kommst mit, Rucksack auf hier. Ich weiß genau, was du da machst und alles. Habe ich auch nicht verstanden. Habe darauf bestanden, dann holen sie die Polizei, ich lasse mich hier nicht so behandeln. Polizei kam, haben gesagt, der hat nichts, alles gut. Das ist mir egal, ich möchte trotzdem Hausverbot aussprechen, der kommt hier nicht mehr rein. Selbst die Polizei hat damals gesagt, hä, er ist doch selbst Netto-Mitarbeiter, er ist doch Kollege von ihnen. Ich weiß genau, wer er ist. Und lauter so Zeug. Natürlich musste ich eine Woche später dann runter zum Netto und aushelfen. Also hat die Bezirksleiterin, die über der Filialleiterin steht, gleich gesagt, Hausverbot, was? Ne, das ist, das wird aufgehoben, zack. Das ist nicht wirksam, weil du musst ja zum Arbeiten auch mal runter und da unten aushelfen. War schon damals komisch, keine Ahnung. Und haben jetzt auch die Polizisten gesagt, oder die Polizei, wo ich dann war, äh, das scheint wohl was Persönliches zu sein. Keine Ahnung, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich kein Bier bekommen im Netto. Ich konnte kein Bier auswählen und an dieser Stelle geht dann jetzt das Video weiter. Das ist halt hier Polizisten, wir haben im Kunden. So. Das passiert auch nichts. Nachdem ich im Netto jetzt kein Bier auswählen durfte, weil der Herr lieber die Polizei gerufen hat, ne, weil der Brösel ist so ein Bombenlächer, und da hat er gesagt, da hole ich lieber schnell die Polizei. Hab ich jetzt das Level übersprungen? Das lasse ich mir auch gar nicht anmerke. Und deswegen... Ich hab gecheatet. Guck mal, ich hab gecheatet. Ich hab einen Alkoholfreisenbeil. Also es war sogar Weißbier. Ich bin mir glaube ich gerade raus, aber das kann man nicht trinken. Und deswegen ist jetzt eigentlich... Eigentlich wäre ich ja dran, aber weil ich habe jetzt den, äh, Polizisten, Joker gewählt, deswegen ist jetzt der Hannes dran. Und der Hannes darf jetzt das nächste Bier bestimmen im... Warte mal, dann muss ich mal zurück im Aldi-Barkt. Das ist jetzt der Hannes. Die schmeiß uns nicht raus. So. Der Hannes hat jetzt... Das ist noch nicht hoffen worden. Das nächste Bier ausgewählt. Echt? Und das ist das. Das Schuldenbräu... Winterbock. Schuldenbräu Winterbock. Mit, was, wie viel hat das? Prozent, Hannes? Oh, Hannes, 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 Hannes. Sieben. Das hat nur sieben Prozent. Sieben Prozent. Sieben Prozent. Das macht der Hannes jetzt mal auf. Das Schuldenbräu Winterbock. Hoppa. Und jetzt rum noch das Spezi. Auf der Spitze. Das ist hier der Fahrer. Denn der hat hier wieder hier... Der macht das Bier jetzt auch auf. Achtung. Oh. Ach, du Scheiße. Ach, das ist ja noch braun. Nur mit dem Finger und mit dem braun, Alter. Hat das alles aufgemacht. Und das ist jetzt das, was wir jetzt hier dringend tun. Das ist der Naturbursche. Das ist der Bierschanger. Das ist die Polizei da hinten. Schwarz, die ist da nicht mehr da. Deswegen werden wir jetzt bei uns einen reinstellen. Ich glaube, die gehen gerade alle rein. Der Rameses wird der Litze sein. Wie spät ist es jetzt? Erstmal Musik aus, bitte. Musik aus. Es ist... Ich weiß. Ich kenne sie ja mal. Musik aus. 19.57 Uhr. Genau. Es ist 19.57 Uhr und die Bianca war dran, nachdem jeder schon zweimal dran war, außer ich. Ich wurde einmal ausgelassen, weil die Polizier gesagt hat, ich darf nicht. Und danach war der Hannes wieder. Ist jetzt wieder der Bierschanger dran. Ja. Und hat dieses... Hasenhell. Hasenhell ausgewählt. Warum hast du dieses Hasenhell ausgewählt? Ich habe das Hasenhell ausgewählt, weil im chinesischen Mondneujahr ist das chinesische Sternzeichen des Hasens und ich bin im chinesischen Tierzeichen der Bumms, bin ich der Hase. Und deswegen habe ich ein Hasenbier ausgewählt. Du bist der Bummshase. Nein, der Feuerhase. Naturin, sie ist der Bummshase. Jetzt habe ich es rausgehört. Nein, der Feuerhase. Und deswegen, du musst ja das erste aufmachen, weil du hast es ausgewählt und dann müssen wir mal gucken. Und dann müssen wir schauen, wie das der Brösel macht. Ja, warte. Pass auf, Hase. Weil der macht es immer speziell. Hoppa. Hoppa. Hey. Du bist das so, dass die Bullen kamen. Dass wir das geschafft haben. Haben, Brödel. Du musst jetzt gerade das Pia aufmachen. Speziell. Das kann ich nicht. Was hast du jetzt gerade gemacht? Ich habe das einfach nicht mehr fliegen lassen. Wo denn? Mach mal. Zeig mal. Ja, das habe ich schon gemacht. Habt ihr noch Ace? Der Hase rödel. Das kann man so machen. Macht auch Sinn. Ich bin hier black and white. Achtung. Am Wagen. Achtung. Hoppa. Das ist ein wunderschönes. Guck mal. Ich schau schon zu. Scheiße. So. Man sieht zwar nichts mehr. Aber das ist die letzte Station. Von der Windermeile. Hier steht nämlich eigentlich. Ich denke, wenn wir fressen sind, sowas wie ein Barschi. 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 Kebab. See. Holz. Kohlegrill. Restaurant. Panorama. Also entweder nehme ich hier mit. Haurand. Ja, je nachdem. Panorama. Habt ihr Bock? Ja. Hast du Bock? Ich habe keinen Hunger. Aber Bock hat alles. Hast du Bock? Ja, Friday. Wer bist du denn? Hast du Bock? Ja. Ich habe keinen Bock. Weil ich habe keinen Stall. Ich habe Hunger. Wir haben auch noch ein Bonusbier dabei. Aber eigentlich, wenn das die letzte Station ist. Müsst ihr in der Tourin dieses Bier hier ordern? Er hat die freie Auswahl aus der Karte. Ein Bier ordern. Er kann es bestimmen. Das wäre das letzte Bier auf der Karte. Dann haben wir das geschafft. Aber wir haben noch ein Bonusbier dabei. Woppa. Jetzt gehen wir erstmal rein. So, dann muss ich nochmal einen Cut machen. Und zwar ist das nächste Problem. Ich habe keine Aufnahmen vom Panorama. Nächsten Tag sind Bilder aufgetaucht auch. Dass wir auf jeden Fall dort was gegessen haben. Und auch was getrunken haben. Die kann ich ja hier mal einblenden. Ich hatte glaube ich irgendwie Falafel-Dürüm. Also vegetarisches Gericht. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Hat aber irgendwie richtig gut geschmeckt. Und die anderen weiß ich gar nicht. Ich habe Brösel hat irgendwie wie so ein Gyros oder Döner-Täler irgendwas gehabt. Und ja, Bianca hat irgendwas gehabt. Das hat ja auch richtig gut geschmeckt. Sodass sie sich auch noch was mitgenommen hat für den nächsten Tag. Und der Tourin hatte Bier ausgewählt. Und zwar Desperados. Wie man auf den Fotos vielleicht sieht. Und wir sind rein. Haben also gegessen, gespeist, getrunken, gemacht, getan. Und dann waren wir fertig. Dann haben wir ja eigentlich zwölf Bier laut dem Counter gehabt. Und dann sind wir wieder raus. Wir müssen es geschafft haben. Das ist der Preisl. Und der Preisl, der macht jetzt mal noch ein Bier auf. Wie spät ist es? Es ist 21.26 Uhr. Und der Preisl zeigt uns, was er kann. Nämlich? Handschuhe ausziehen. Erstmal. Handschuhe ausziehen oder sparen. Und deswegen macht er jetzt hier das Disco. Und deswegen machen wir... Warum püppst du mich jetzt? Jetzt reicht es aber hier. Jetzt gibt es die gleiche. Wie sieht das aus hier? Das sieht aus wie ein Bombenlecher. Wie die langen... Oh, guck. Wie lang? Wow, um 5.5 Meter. Super. Super. Achso, der hat gar nichts gemacht. Jetzt habe ich was gemacht. Jetzt mache ich was. Ja, ich film doch dich. Ja, okay. Und du nicht? Du bist jetzt mal mit dem Handy weggeworfen. Du! Wo ist doch jetzt erst mal... Also wir haben... Da hinten ist ja... Pass auf. Da hinten ist Hannes. Moin! Panorama. Man kann es nicht erkennen. Das Prallorama. Prallo. Hast du noch was in Beto? Warum kann man das nicht erkennen? Weil es zu weit weg ist. Deshalb verraten wir meine Detektivsensoren. Ich habe die Linse sauber gemacht. Die Linse ist scheiße und sauber. Deswegen machen wir das einfach so. Da hinten ist das Panorama gewesen. Wo ich das letzte Mal nicht gefressen hab. Das sind so Dünnerteller. Mit Essen drauf. Dünner Arsch. Mit Dünnerteller. Die machen hier tatsächlich Lamm. Kein Dünnerfleisch aus Hack. Von Rind. Du hast schon genug. Die wissen gar nicht mehr wie trinken geht. Ich bin voll mittlerweile. Ich hab zu viel gefressen. Ich hab zu viel gesoffen. Da steht dein Bier. Da steht dein Bier. Ich freue mich drauf wenn ich endlich dahin bin. Da kriegst du wieder keine Rüben. Jetzt wird es gerade. Ich dachte ja du machst hier zack. Und dann geht es ab. Was soll ich denn da machen? Ich dachte du machst ein Bier auf. Das ist doch schon auf. Mit dem Bügelverschluss. Zeichen mal. Das hab ich nicht gesehen. Zeichen mal. Zeichen mal wie ihr das Bier aufmacht. Das macht mein Video aus. Weil wir sind torscht. Wir haben es geschafft. Diese Biermeile. Das ist glaube ich das erste Mal. Das ist der Hannes. Das war nichts. Das war nichts. Haben wir die Biermeile eigentlich nicht geschafft. Oder haben wir die nicht geschafft. Weil wir beim Rewe netto rausgekommen sind. Darauf antworte ich dir jetzt nichts. Weil du hast ja auch dein Bier nicht aufgemacht. Deswegen drücke ich mal hier drauf. Guck, warte. Das ist aber auch nichts. Und deswegen wird man sagen. Na? Wollen wir das aufmachen? Nee, ich jetzt noch nicht. Das heißt, die Meile haben wir nicht geschafft. Weil jetzt noch nicht. Das ist erst später. Sagen die. Das müssen wir sorgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir müssen mal ins Panorama gehen. Als wenn ich da reingehen und sie fragen. Haben es geschmeckt? Das war das letzte. Ihr könnt ja mich am Arsch lecken. Ihr könnt ja mich am Arsch lecken. Es hat sehr gut geschmeckt. Es war sehr lecker. Sehr lecker. Die kann sich halt nicht mehr hier artikulieren. Ja, wenn man sich nicht artikulieren kann. Was war das Wort? Artikulieren. Artikulieren. Genau. Das können sie nicht mehr. Und deswegen müssen wir sagen. Prost. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal. Gehen wir uns eigentlich durch die Stadt. Oder gehen wir durch die Neunersbahn? Die Stadt. Die Stadt. Die Postbahn. So. Und dann melde ich mich natürlich nochmal zurück zum Fazit eigentlich von der Meile. Denn man muss sagen. Wir haben, wenn man es so betrachtet, die Meile wieder nicht geschafft. Schon allein in der letzten Station beim Panorama-Restaurant hat Naturi 0,3 Liter gewählt statt 0,5. Gegen die Regeln. Hat nicht gezählt. Deshalb verkackt. Käse und Hannes damals haben im Panorama sich einfach ein Wasser bestellt statt ein Bier. Deswegen war die Meile schon nicht geschafft. Jetzt das Desperados 0,3 wäre der Grund wieso man es nicht geschafft hat. Aber schon lange vorher im Netto war die Meile eigentlich beendet. Weil wir ja im Netto kein Bier bekommen haben. Und im Netto kein Bier trinken konnten. Also vom Netto aus. Da konnte ich nichts holen. Also ab dem Moment war die Meile eigentlich auch schon erledigt und nicht geschafft. Weil man ja an jeder Station eins trinken muss. Von jeder Station eins. Man könnte sagen, gut, Netto wurde ausgelassen. Dafür gab es ja ein Faxe vom Hannes zwischendurch. Was ja eigentlich sowieso zwei Bier sind statt ein Bier. Und dann gab es ja auch noch ein Bonus-Bier. Sodass wir auf jeden Fall trotzdem über die zwölf Bier gekommen sind. Auch wenn wir eine Station ausgelassen haben. Aber das ist ja irgendwie fast immer so. Manchmal ist man ja sogar bei 16 Bier gelandet. Diesmal eben bei 13 glaube ich. Bei 13 oder 14. Und meinen ganz großen Respekt und Lob an Bierschanger. Die mit ihrer super Taktik in jedem Laden erst mal drei Stunden shoppen zu gehen. Und überall erst mal sich Essen mitzunehmen. Und die ganze Zeit nur am Essen war. Ich weiß nicht, wie ein Mensch so viel essen kann. Ich habe diesmal zu wenig gegessen. Ich habe zwischendurch immer mal wieder, weiß ich nicht, vergessen zu essen. So blöd es klingt. Ich war relativ sehr schnell dann total fertig mit der Welt. Habe ich aus den vergangenen Meilen so gar nicht gekannt. Da war ich immer noch einer der nüchternsten am Ende. Während ich jetzt hier wohl nicht so gut dabei war. Und Bianga und Brösel gerade auch. Bei denen hast du irgendwie überhaupt gar nichts gemerkt. Guckt euch das Ende vom Video an. Du denkst, die haben gar nichts getrunken. Die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie Brösel das gemacht hat. Er war auch immer einer der schnellsten mit, die dann ausgetrunken haben. Und Bianga immer mit ihrem Fettbrot und mit ihrem Knabber rein und hin und her und alles und sonst was. Wie ein kleiner Hamster die ganze Zeit am Essen, am machen. Aber das hat ihr auf jeden Fall gut geholfen. Das hat sich gut durchgezogen. Das war richtig krass. Hannes war zwischendurch komplett fertig. Ich dann auch fertig. Natururin eingeschlafen. Fertig sonst was hin und her. Aber trotzdem haben wir alle es als Gruppe bis zum Ende geschafft. Aber es war nicht perfekt. Wieder mal nicht perfekt. Ich sage auch nochmal dazu. Das ist nicht mein Lifestyle normal. Das ist nicht alltäglich so. Ich bin keiner, der sich wahllos zuschüttet und sich die Kante geben muss. Permanent. Für mich ist die goldene Meile eben eine ganz besondere Herausforderung, die ich versuche zu meistern. Das ist dann was. Das geht an die Materie. Das geht an die Energie. Du fühlst dich danach richtig. Wow. Bam. Es ist erstmal ein cooles Erlebnis. Es macht Spaß mit der Truppe so rumzuziehen. Es ist aber trotzdem Kräfte zehren. Es macht sicherlich es nicht gesund. Es macht viel kaputt. Dein Hirn geht wahrscheinlich komplett flöten irgendwann, wenn du zu viele Meilen machst. Deswegen macht das nicht nach. Nehmt euch daran kein Beispiel. Ihr könnt euch das angucken. Vielleicht ist es auch abschreckend für manche, wie man sieht am Anfang zum Ende hin. Wie sehr der Mensch sich verändert und verblödet immer mehr hin und her. Und ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die allerletzte Meile war. Die hundertprozentige beste perfekte Meile ist immer noch nicht geschaffen. Thomas redet die ganze Zeit davon, dass er im April vielleicht vorbeikommen wollen würde, zu Wrestlemania und da auch mal eine Meile probieren. Da bin ich mal gespannt, wie ernst er das meint. Ob der Hannes dann auch wieder dabei ist wegen Wrestlemania. Da würde sich das anbieten, wenn die zwei dabei sind. Ansonsten, solange man auch in Hibu wohnt bis Ende April, wäre es also noch möglich, das ganze Ding nochmal zu machen. Obwohl das eigentlich die letzte sein sollte. Aber plötzlich kommt Thomas und sagt, ich will das jetzt auch mal machen. Da wäre ich gespannt. Da müsste ich mich wieder besser vorbereiten. Vielleicht den Tipp von Bianca. Einfach einen Krimschmalz mitnehmen und immer wo du stehst ein Bier und eine Packung Krimschmalz gefressen. Und dann weiß ich nicht. Auf jeden Fall danke nochmal an Natururin fürs Dasein. Auch wenn es ihm an dem Tag gar nicht so gut ging. Und der ein bisschen abgekackt ist. Er auch gesagt hat, das muss man nochmal wiederholen. Bianca natürlich hat mich positiv überrascht. Hannes, so viel gute Laune verströmt. Ich fand es richtig genial, dass der Brösel dabei war. Also der Fahrer. Die haben auch alle harmoniert irgendwie miteinander. Das war auf jeden Fall die größte, brutalste und hässlichste Meile bisher, die ich erlebt habe. Denn bei den anderen war ich immer noch irgendwie am Ende im besseren Zustand als bei der jetzt. Da hat es mich irgendwie trotzdem einfach rausgenommen. Ich bin es einfach nicht gewohnt. Nicht mehr. Und deswegen macht das nicht nach. Überlasst das den anderen. Wenn die sich kaputt machen, sind sie selber schuld. Doof sind sie. Das muss man so sagen. Macht es nicht. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Ciao.